so guten tag meine freunde ich bin endlich mal wieder unterwegs ja kerry hat gerade ein bisschen rumgezickt beim starten aber gut sie stand jetzt drei wochen oder liegt es auch vielleicht daran weil heute abend heute nacht die tore zur hölle geöffnet sind ich weiß es nicht ja ich fahre jetzt mal wieder unterwegs so genauso wie letztes jahr schaue ich mir ein bisschen die halloween häuser an hatte schlüssel habe ich noch alles klar zudem zudem nehme ich jetzt das video auch in 4k auf nicht mehr in 2,7 k ich probiere es einfach mal aus exportiert habe ich zwar immer in 4k aber mal gucken ob sich da an der bildqualität irgendwie was tut ansonsten ist jetzt nicht viel passiert in den letzten wochen ich glaube ungefähr drei wochen bin ich nicht mehr gefahren habe kein video gemacht alles was ihr bis jetzt gesehen habt war halt schon vor produziert und ich hätte nicht gedacht dazu anspringt ja sie hat ein bisschen länger georgelt und so eine alte schätzchen und wahrscheinlich nicht optimal eingestellt ja wie ihr sehen könnt der herbst weil er ist richtig krass im kommen jetzt beziehungsweise schon mittendrin ich gehe jetzt tanken ganz wichtig ist schon auf unter null quasi ich hoffe ich komme noch zu tanken ich weiß nicht mehr habe ich das letzte mal im letzten video irgendwie wie weit ich runter gefahren bin ich glaube sie sprang auch nicht an weil ich den benzinhahn auf normal hatte und nicht auf reserve kann auch deswegen gelegen haben hier hätten fehlt hier halloween filme kennt hier ist ja eine psychiatrie und jedes mal wenn ich jetzt hier halloween vorbei fahren muss ich dann auch michael meyers denken übrigens kam ja wann war das denn vorgestern eine neue halloween film im kino und heute abend gehe ich rein irgendwie passend heute auch zum thema halloween ist ja klar morgen ist halloween heute nacht sind die tore geöffnet ja und dann wandeln die toten auf der erde wiederum geht nicht schon überall darauf schon ganz gefährlich wenn ich mich jetzt hinpackt dann sind auf jeden fall die toten schuld die geister die jetzt unter uns wandeln aber ich gehe da mal eben erst tanken was das für ein geiles kfz noch einmal tanken relativ günstig heute jetzt kann man loszulegen jetzt guck ich mal wo fahren wir zuerst lang crimeberg hier doch relativ trocken geworden die straße gott sei dank ja erstes halloween für dich carry seitdem du wieder auf der straße unterwegs bist so ich denke mal dass das haus hier bestimmt wieder geschmückt ist leute ja es wird ja genauso geschmückt wie letztes jahr geil gemacht leute ich finde es geil dass die sowas machen es werden ich habe das gefühl dass das langsam mehr wird irgendwie muss ich da auch an den ghostrader denken gerade hat auch eine shopper also bei dem film mit mit nicolas cage ich bräuchte auch nur noch so ein helm wo einfach nur so ein schädel als kopf ist einfach geil gemacht ungefähr genauso wie letztes jahr da liegt der tote da im grab beziehungsweise im kies oder was das ist diese steine hier komplett abseits ne und trotzdem machen die sich die mühe ich mag halloween sowieso leute schöne fehlzündung was der müll von morgen der da fährt also die e-scooter ach schade jetzt kann man nichts mehr sehen schade ich glaube das hat im zelt alles aufgebaut aber hier stinkt es ganz schnell einer gülle das war noch hier habe ich letztes video gestartet aber wieder sogar leute kassi kassi aber genauso wie letztes jahr einfach nur geil auf der schaukel sitzen finde ich einfach zu geil da steht mein moped ach ja dann grüne muss ich immer noch lackieren ist er denn hier das mein freund kraft dracula voll cool ist mit meinem schuh ich habe das in der naht an einem socken was mich jetzt am kleinen zee nervt schauen wir mal jetzt ich habe meine fehler verloren leute das war jetzt mal ein absoluter fehl man hat wirklich was damit zu tun dass heute die geister rauskommen das sind schon die ersten anzeichen erst wollte will man nicht anspringen ich rede von carry schon jetzt das wer weiß was jetzt noch passiert heute so jetzt bitte keine überraschungen mehr leute wieder ab oder wieder ab ich habe ein problem leute und zwar die fehler kriege ich nicht mehr drauf jetzt halte ich kann mit meinem schuh den seitenständer fest jetzt ist ja auch eine horde kinder gekommen und jetzt wollte ich da natürlich nicht auf dem boden rumkriechen das muss ich irgendwann finden wo ich der motorrad gegen leben kann damit ich den verkackten seitenständer wieder fest krieg scheiße man ich hätte schon lange schon längst machen müssen ich könnte es hier mal probieren aber die bank sieht nicht sehr stabil aus ich kann mir schlecht so hängen lassen meinst du wie schnell dazu einen unfall führen kann da hinten ist ein baum ich versuche mir den baum zu schnappen ich weiß ich darf hier nicht fahren eigentlich aber ich brauche an der werkstatt hilfe ich werde mir den baum jetzt nehmen als hilfe so ich ziehe mich jetzt erst mal auf und mach die blöde feder jetzt noch mal dran und dann sehen wir uns wieder leute ich habe jetzt hier repariert beziehungsweise naja so richtig repariert kann man es nicht nennen aber so dass er jetzt hält ich mache das nicht mehr runter außer es lohnt sich für irgendwas geiles und dann ist mir aufgefallen wo ich mich eigentlich hingestellt gestellt habe quasi an den Abend in der nacht zu halloween und zwar hier im namen unserer toten so eine gedenkstätte also irgendwie ist heute schon so ein leicht verfluchter tag obwohl das jetzt hier nicht verflucht ist in der gedenkstätte aber schon eigenartig erst fällt mir der seitensteiner da halb ab zweimal an so einem halloween haus und äh dann stelle ich mich ausgerechnet auch noch dahin wo hier sowas ist naja ich bin halt ein Eierköpfer so jetzt geht die Fahrt weiter hoffe ich und ich hoffe ohne Zwischenfälle so danke Werkstattmeister das ist mir gut geholfen bis eingestellt warum ah ja Gang ist drin so hab ich auch nichts vergessen naja sieht nicht so aus ansonsten weiß ich ja wo lang ey warte ein Tag heute zur halloween direkt eine Horrorfahrt hier ey naja ich fahre hier links irgendwann war da nämlich ein Horrorhaus in Bord ja auch hier haben die auch Mühe gemacht auch geil gemacht finde ich cool auch mit dem Kürbis hier oben drauf richtig geil da vorne ein Hexenkessel cool da hängt ein Totenschädel da in der Schubkarre sind Knochen drin mit Erde boah geil ey weißt du so einfach aber so geil boah ich finde das toll weißt du ja dann kommt da so ein harter Rocker um die Ecke und dann feiert der Halloween und Weihnachten ja weißt du mir doch scheißegal was andere denken weißt du das solange ich jetzt hier nicht mit dem äh zu Ostern mit einem pinken Kostüm durch die Gegend laufe als Haar so verkleidet dafür haben wir ja jetzt die 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 Gendern die können sowas machen ja ich fahre jetzt mal ganz klar würde ich jetzt mal sagen Schloss Wolfskulen da muss man doch mal vorbeifahren wenn Halloween ist vielleicht sieht man ja was das war hier ne kann man mal einmal drauf gucken das steht sogar noch ihr könnt jetzt wahrscheinlich gar nichts sehen aber hier ist halt Schloss Wolfskulen da gibt es ja auch so Geschichten irgendwie dass da Kinder irgendwie getötet wurden verbrannt weiß ich jetzt gar nicht aber es soll ja mal so eine Art Kinderheim gewesen sein und die at sea oder was haben die Kinder dann irgendwie misshandelt oder sowas in der Art ähm ich hab da auch schon mal fotografiert vor zwei Jahren oder was man ich kann hier hinlaufen ehrlich gesagt das ist schon Christbaumbeleuchtung naja oben auch die Weihnachtsbeleuchtung ist schon da Rindam hier ist das Hilfe steht da her geil war jetzt doch noch ein schöner Nachmittag gut die Sonne war jetzt nicht draußen aber es war trocken ich fahre jetzt noch einmal hier rechts lang aber ich habe jetzt schon meine perfekte Stelle wo ich das Video beenden werde das war da vorne in der Kurve aber ich traue mich nicht meinen Seitenständer unterzuklappen jetzt habe ich ein bisschen ja ich will das jetzt nicht machen kein Bock mich jetzt nochmal in den Dreck zu legen so hier war ich ja schon mal glaube ich ich weiß nicht ob mit einem Video aber auf Instagram habe ich mir schon mal Fotos hochgeladen ähm eigentlich so perfekt jetzt um so ein Halloween Video mal zu beenden ich hoffe dass ich jetzt hier den Segen kriege und heil nach Hause komme ohne irgendwelche abgefallenen Teile oder wer weiß was noch so passiert ähm Leute ich hoffe ihr hattet schöne Halloween oder habt noch ein schöner Halloween je nachdem wann das Video hochkommt ähm auf jeden Fall würde ich mich freuen für diejenigen die nicht meine Abonnenten sind abonniert meinen Kanal äh ja schaut fleißig meine Videos ich hoffe ihr macht das auch sonst schicke ich halt einen Geist zu euch ähm ja Leute haut rein feiert schön genießt auch den freien Montag für die die arbeiten und Schüler haben ja so ein schönes Leben ähm ja dann haut rein Leute so zum Schluss habe ich nochmal was gefunden hier ist auch richtig schön geschmückt ist ein richtiger Hauswand hier mit Zombie Walk und all sowas drin ein paar Geister hängen da rum auch in den Fenstern unten Happy Halloween finde ich geil gemacht gerade auch so für Kinder und so die um die Häuser laufen da vorne ein kleiner Grabstein geil Leute finde ich richtig geil aber jetzt bin ich aber wirklich weg Leute